Der Begriff der Heilung ist sehr schwer zu definieren. Für uns ist Heilung ein sehr ganzheitlicher Begriff, der Körper, Geist und Seele umfasst. In Selbstgeheilt haben wir uns sehr auf den Körper fokussiert, aufgrund der Fragen der Kinozuschauer. Den ganzheitlichen Begriff werden wir in unserem kommenden Film Wunder der Lebenskraft 2 ausarbeiten und definieren, was für echte, dauerhafte Heilung nötig ist.